Was mit Rush? Kann ich mal kurz... Hey Kinder! Mensch! Eins von zehn. Warum? Warum werde ich heute so bestraft? Da will man was aufnehmen. Ja, da hatten wir mal gute Laune. Da hatten wir ausnahmsweise mal gute Laune. Und dann so eine Scheiße hier. Eins von zehn. Was? Eins von zehn. Das ist ja mal unmöglich. Also ich, ich von zehn. Die anderen neun haben gerade alle ganz kräftig zu tun gehabt. Keine Ahnung. Hoffentlich wurden sie gerade angefahren oder so. Damit sie wirklich was zu tun haben. Für die nächsten paar Wochen. Je nachdem, wie hoch der Stärkegrad der Anfahrung liegt. Bei zunehmendem Anfahrungsstärkegrad ist natürlich auch die Zeit, die man mit der Anfahrung verbringt. Warte mal kurz. Natürlich deutlich höher, wie bei geringem Anfahren. Jawoll. Und die haben heute noch gar kein Auto gesehen, die gerade eben auf OK gedrückt haben. So gehört sich das. Wir spielen eine Kasch. Okay, ich bin bereit, ihr Penis. Wir machen das jetzt doch. Herr Peng. Oh, mein Penis. It's too heavy. Ich gehe wieder auf die Mid. Und dann quetsche ich dir. Deine. Wir sind keine Russen. Ich bin jetzt schon so gewöhnt, mit Russen zu spielen, wenn jetzt ein Deutscher kommt. Und der sagt, hey, wie geht's? Sag ich, por qué? Mir ist nicht das russische Wort eingefallen. Okay, heißt das was? Ich weiß es nicht. Weißt du, ist das überhaupt für eine Sprache? Spanisch? Boah, ich gehe. Achtung. Go to figure. Dieses Arschloch, Mann. Will nämlich rollen. Weiß nicht, hock da so und eher ding, 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 ding. Ich gehe auf der A, habe ich gerade auch gesagt, weil ich nämlich ziemlich gut bin auf dem A. Ich sage es einfach mal so, wie es ist. Ich habe halt schon eine gute Geschichte auf A. Nicht? Mit Rush. I'm a kill. What? Ich habe vor den Exxok gefressen, Mann. Stadio Sanctus. St. Louis. Wie wir gebeutelt wurden. Ich gucke so um die Ecke. Mit Rush? Kann ich mal kurz... Pfff. Pfff. Voll ins Gesicht, Mann. Und er hat noch nicht mal Bescheid gesagt. Die Frauen kennen es. Ihr seid so perverse Schweine, was ihr wieder denkt. Okay. Wir machen jetzt die Eko, die sich gewaschen hat. Okay? Macht ihr mit? Nee, ihr zwei anscheinend nett. Ich verstehe schon. Ich habe meine Supernova auch am Start. Ich habe meine Supernova auch am Start. Ich gehe, dass die Wände gehen, Alter. So, jetzt Ende auf dem Arm. Hey, Purple. Purple. Hey, Purple. Hey, Purple. Hey, Purple. Hey, Purple. Oh mein Gott, wie gefressen das, Mann. Er hat geschluckt wie eine Räudige. Oh Gott, was habe ich gemacht? Ach so, es ist noch einer von hinten gekommen. Manometer. Man kann nicht nur den Kopf schütteln wie so ein Assi. Manometer. Jetzt kommen sie. Ah, ich riech's. Gut gesmoked, Mann. Gut gesmoked. One man. Ah, wie er mir kippt, Mann. Mann, ey. Ich brauche Backup. Ich rufe die ganze Zeit. One man. One man. One man. Please. All you fucking hurt. Wir machen jetzt die Eko unseres Lebens. Alter, die sind echt Mitte durch. Was für ein beschissener Anfang. Aber immerhin hat er so ein rosa Messer. Guck mal, hast du gesehen? Oh. Girlie Edition. Mit Hello Kitty. Oh, oh, verdient in den Kopf. Das war aber ganz schön böse. Oh, 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 oh. Kommt, lass uns das jetzt irgendwie verzaubern hier, ja? Nice, Maxi. Alter, wir gewinnen noch. Okay, Leute. Direkt wieder voll Kauf, Mann. Ich will alle sehen. Zwei gegen zwei. Mach mal locker. So, Kinder. Papa hat mal eben die Runde geholt, nicht wahr? Oh, komm. Komm schon, Mann. Ich war eingekesselt. Von Mitte. Ey, ich schwitze wegen Schwein. Ich bin voll am gucken. Ja? Aus der Klubscher. Und dann fisset mich einer von Mitte. Ich stelle mich da nie wieder hin. Fickt euch, Mann. Ich gehe Mitte jetzt. Ich sage immer an. Mit, mit, mit. Ich gehe mit. Scheißegal. Auch wenn ich auch Mitte auf die Fresse bekomme. Ich gehe mit. Aber jetzt noch nicht. Letzte Runde, Leute, Jungs. Alles kaufen. Ich will alles sehen. Ich will Pistolen sehen, ja? Ich will Granaten sehen. Und mehr können wir uns nicht leisten. Calm down. Und was macht bitte schon Kenny? Dieses Arschloch, Mann. Ich meine, er hat jetzt nicht direkt... Doch, er hätte mich schützen können da bei Wendt. Komm schon. Also, wir müssen jetzt einfach ganz viele Runden holen und die anderen nicht so viele. So weiter. Stand der Dinge. Tut mir echt leid, Leute, dass ich hier auch so fast... Ich bin ganz offe. Ich habe einen Stern. Ich habe einen Stern. Ich will es doch sagen. Man hat das nicht so verkackt. Äh, ist schrecklich. Schrecklich, schrecklich. Guck mal, meine Anzahl hier an Kills. Gucken wir einfach mal drauf. Na gut, 36 geht. Da. Seven. Fuck. Alter, ich habe ihm 99 gegeben. Sau. Lächerlichkeit ist das. Back, 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 back. Was? Von hinten? Er sagt back, back, back. Und ich habe nicht gerafft, was er wollte. Hätte er from behind gesagt. Oder irgendwie nur behind. Oder T-Spawn oder so. Alter. Aber sofort gerafft. Aber so. Back, back, back. Das heißt, zieht euch zurück. Zieht euch zurück. Naja, Männer. Es war schön, euch gekannt zu haben. Tuff, tuff, tuff. Nee, ich bin doch kein... Kein Mörder. Also kein Team-Mörder. Oh, keine Ruhe, ein Sohn. Ich will die Waffe aufheben. Wo man eher... Moment mal. Bittere Pille. Aber immerhin eine schneller Aufnahme. Aber immerhin... Ähm... Ja. Bin ich schon gefallen. War eigentlich so ein Stern mit jetzt nur noch so ein Adler? Ich muss mir diese Liste angucken. Diese Tabelle. Ist die hier intern auch irgendwo? Nee. Wenn man hier drauf drückt, sollte eigentlich so eine Erklärung kommen. Was, wo ist, egal. Vielen Dank fürs Zuse. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.